Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich Tackernadel von einem Heftgerät oder sogar von einem Handtacker aus Papier oder sogar einem anderen Stoff wie zum Beispiel Holz entfernen kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige dir jetzt einmal vier Methoden, wie du diese richtig entfernen kannst und diese Methoden kommen einfach darauf an, was du gerade zur Hand hast und vor allem auch wo du dich befindest. Methode Nummer 1 ist, wenn du gerade frisch getackert hast, hier das Papier zum Beispiel und dein Heftgerät noch in der Nähe ist. Oftmals befindet sich nämlich auf der Rückseite von so einem Heftgerät hier noch ein eingebauter Heftentferner und mit diesem muss man einfach mal unter die Heftklammer kommen und dann kann man diese auch locker entfernen. Ich gehe hiermit also unter die Klammer, schiebe einfach weiter und schon sollte sich... Jawohl, hat sich auch schon gelöst und meine Heftklammer ist draußen. Methode Nummer 2 kannst du anwenden, wenn du dich gerade in der Schule oder Uni zum Beispiel befindest und einfach kein spezielles Werkzeug zur Hand hast. Hierfür muss ich einmal mein Blatt umdrehen, dass die Rückseite von diesen Heftklammern auch zu sehen ist und dann brauche ich einfach mal einen flachen Gegenstand, wie zum Beispiel ein Lineal oder so ein Geodreieck hier. Jetzt muss ich nämlich mit der Spitze hier von dem Geodreieck einfach unter diese erste Klammer hier mal runter gehen und schauen, dass ich das Ganze nach oben leicht aufhebeln kann. Die eine Nadel sollte jetzt auch schon passen, dasselbe mache ich jetzt auch noch auf dieser Seite. Sollten beide offen sein, ich drehe mein Blatt somit auch wieder um und dann reicht es eigentlich mit dem Fingernagel, wenn ich hier oben etwas ziehe und schon ist meine Heftklammer auch schon draußen. Wenn du keinen flachen Gegenstand wie ein Geodreieck zum Beispiel zur Hand hast, dann probiere es am besten mit deinem Fingernagel. Doch hierbei unbedingt darauf aufpassen, dass du dir diese Teile nicht in den Finger piekst und dein Finger danach vielleicht sogar blutig ist. Also vorsichtig einmal schauen, dass du mit deinem Fingernagel hier unten drunter kommst und diese Klammern einfach auch leicht nach oben aufbiegen kannst. Bei mir sollte das jetzt auch schon reichen. Meine Finger sind auf jeden Fall noch heil. Die andere Seite wieder nehmen und schon habe ich meine Heftklammer in der Hand und somit auch richtig entfernt. Methode Nummer 3 ist, wenn du mit einem Schraubendreher diese Tackernagel zum Beispiel aus deinem Holz entfernen möchtest. Ich brauche also am besten einen kleinen flachen Schlitzschraubendreher und mit diesem muss ich jetzt schauen, dass ich hier unter die Heftklammer drunter komme. Ich schaue, dass ich wirklich relativ mittig auch ansetze. Bei mir sollte es schon drunter sein. Jawohl. Man sieht, auf der einen Seite geht es schon leicht raus. Jetzt nicht den Fehler machen und nur hier herausziehen, sondern jetzt auch noch links rüber und von der anderen Seite leicht raushebeln. Und so immer hin und her, dass beide Seiten gleichmäßig rausgehen und schon kann ich nämlich meine Tackernagel hier auch schon schön entfernen. Ich könnte nämlich den Fehler machen, dass wenn ich nur auf einer Seite jetzt zum Beispiel diese Tackernagel raushebeln würde, dann komme ich hier einfach nicht weiter und müsste meine Tackerklammer im Notfall einfach abbrechen, da ich dieses Stück nicht mehr rausbekomme. Methode Nummer 4 ist die letzte und effizienteste Methode, denn diese geht mit einem speziellen Enthefter hier. Und damit kann ich Tackernagel aus Papier oder auch aus Holz sehr leicht hinausbringen. So ein Enthefter hier hat nämlich vier Spitzen und wenn ich diesen zusammendrücke, gehen die Spitzen übereinander drüber und wenn hier jetzt die Heftklammer drüber wäre, würde ich diese somit nach oben rausschleudern. Und das zeige ich euch jetzt mal bei Papier und auch bei Holz. Ich setze meinen Enthefter also genau senkrecht und mittig über die Heftklammer an, schaue, dass alle vier Spitzen hier unter die Heftklammer drunter gehen und dann drücke ich einfach einmal zu und schon kannst du sehen, die Heftklammer hat sich gelöst, manchmal ganz, manchmal muss man bei einer Seite noch leicht hinausziehen, aber wir haben die Heftklammer draußen. Das selbe Spiel funktioniert bei Holz natürlich auch sehr schnell und sehr einfach. Wieder unten drunter mit allen vier Spitzen zusammendrücken mit etwas mehr Druck und schon haben wir die Tackernagel auch schon draußen. Diesen speziellen Enthefter hier kann man zu Hause immer wieder gebrauchen, ist relativ günstig und passt auch wirklich in jedes Federmäppchen locker hinein. Wenn du dir also diesen Enthefter hier oder vielleicht sogar ein neues Heftgerät oder so einen Handtacker mit den entsprechenden Ersatzklammern zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hier überfahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.